Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Sabrina und heute mit einem ganz anderen Thema. Und zwar habe ich ja glaube ich mal erwähnt, dass ich auch, ups, dass ich auch dein Painting mache. Ich habe das Bergkristallbild, war mein allererstes Bild, relativ groß. Ich glaube 40x70 oder 50x70 mit 75 gepainteten Diamanten. Dann habe ich gemacht, ihr nennt ihn ja Yoda, das finde ich so toll. Diesen weißen Tiger mit diesen wunderschönen hellblauen Augen, der hängt auch hier bei uns. Ich glaube der war 50x50. Dann bin ich gerade dabei für eine ganz liebe Freundin zum Geburtstag. Nächstes Jahr, äh, nicht nächstes Jahr, sondern dieses Jahr, Weihnachten, ist es das Motiv mit der Rose aus Die Schöne und das Biest, das ist auch 50x50. Dann habe ich tatsächlich noch den Musikbaum, auch 50x50. Dann steht hier noch, nicht ausgepackt, der Phönix von Josephine Wall. Und dieses aktuelle Bild ist, ich nehme euch noch ein Stückchen mit, ist Melody in Love. Ja, das habe ich fertig, ist noch nicht allzu viel, aber ich hatte es jetzt ein paar Wochen jetzt mal nicht in Bearbeitung, weil mich ja, wie gesagt, das Perlensticken auch ungemein interessiert hat und mir momentan auch richtig gut tut. Was mir aber auch wirklich gut tut, wenn wir schon mal dabei sind, ist dieser positive Druck, den ich mir natürlich selber auferlege. Das ist aber gar nicht schlimm, wenn ich natürlich Sachen mit euch poste. Also so wie jetzt dieses Kreuzstichbild, vielleicht erinnert ihr euch, mein Lebenswerk, habe ich tatsächlich auch letztens ein bisschen weiter gemacht. Also das motiviert mich sehr. Dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich mein Josephine Wall Bild mal weiter und zeige euch einfach ein bisschen was dazu. Ihr wisst ja, meine Filmchen sind nicht allzu lang, maximal so eine Viertelstunde, weil ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft, mir mehr Speicherplatz zu besorgen. Aber ich glaube, das ist auch nicht schlimm, wenn es auch mal kürzere Filmchen gibt. So viel zwischendurch kann man sich die ja dann anschauen. Also wie ihr schon sehen könnt, hier unten drunter ist mein Lichtpad. Aber ich werde das jetzt mal ein bisschen ausmachen. Mein Lichtpad, genau, das ist hier unten drunter. Super Anschaffung. Allerdings habe ich gemerkt, wenn man damit tatsächlich mehrere Stunden dran arbeitet, ist man so für einen Tag so ein bisschen blind. Also mir geht es so. Also ich arbeite gerne mit dem Lightpad, aber immer nur so ein paar Minuten. Dann mache ich es wieder aus und übernehme halt das Licht einfach, was von oben dann kommt. Dann habe ich mir das hier gegönnt. Das ist ganz toll. Also gerade finde ich jetzt für die Josephine Wall Builder, da ist ja jetzt hier auch wahnsinnig viel Konfetti. Und ich weiß gar nicht, wie viele Farben das hat. Oh Gott, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht, weil ich kann euch mal die Legende zeigen. Ich hoffe, ich hoffe, ich habe sie griffbereit. Ich glaube, das sind 275 Farben, meine ich jetzt auch. Guckt euch bitte mal. Oh Gott, ihr seht nichts, gell? Guckt euch bitte mal diese Legende an. Oh, sie steht auf dem Kopf. So, jetzt aber. So, guckt euch bitte mal diese Farblegende an. Da wird einem ja richtig schwindelig. Aber es ist auch echt eine tolle Herausforderung. Ja, Wahnsinn. Ich glaube, das sind 275 Farben. Und ich habe dann tatsächlich, also nochmal ganz kurz hier zurück, bevor ich jetzt laufend hin und her springe. Das habe ich mir gegönnt, weil ich mir da tatsächlich von einem gewissen Areal, so wie hier jetzt zum Beispiel, das ist relativ klein, mir dann vier Symbole raussuche und sie mir dann hier einsortiere. Und dann arbeite ich quasi mit so einem Farblineal und gehe dann Reihe für Reihe durch. Und da, wo dann die vier Zeichen drin sind, die werden dann gepaintet. Und als ich dieses wundervolle Josephine Wall Bild bekommen habe, das ist mit eckigen Steinen, da war ich tatsächlich ein ganzes Wochenende beschäftigt, die Farben oder die Symbole zu sortieren. Und ich wusste erst gar nicht, wie ich das machen soll. Also habe ich, glaube ich, samstags damit verbracht. Ich habe also alle, ich muss wahnsinnig sein, ich habe tatsächlich alle Farben, weil ich arbeite ungern aus den Zipptüten. Ich finde die zwar mega cool, die Tüten, aber ich arbeite nicht gern aus denen heraus. Was habe ich also gemacht? Mir knapp 300 Medizinbecher bestellt und habe die Symbole draufgeklebt. Und wer sich jetzt fragt, was dieses HA bedeutet, da komme ich jetzt gleich drauf. Also ich habe tatsächlich jede einzelne Farbe in einem einzelnen Becher drin. So, und dann habe ich aber zuerst, habe ich die Farben oder die Symbole sortiert nach den Nummern. Und dann habe ich gemerkt, oh mein Gott, ich suche mich wirklich. Ich suche mir einen Wolf. Dann habe ich gelesen in einer wundervollen Gruppe von euch, man soll es doch lieber nach Symbolen sortieren. Also habe ich dann sonntags, habe ich dann mich dran gesetzt und habe nach Symbolen sortiert. Und das sieht dann dementsprechend aus. Das hole ich mir jetzt auch nochmal raus. Hier vorne steht Haushalt. Das habe ich abkürzt mit HA und habe mir dann demnach alle Symbole rausgesucht, die meines Erachtens was mit dem Haushalt im weitesten Sinne zu tun haben. Ein Telefon, eine Dusche oder hier eine Glocke. Ja, und ich habe mir dann auch einen Rollwagen-Trolley mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 verschiedenfarbigen Schubfächern gekauft. Und da sind dann jeweils die Symbole drin. Ja, also ich habe dann Symbolik für Buchstabenzahlen, dann verschiedene Kreisformen, dann die Pfeile alle in einer Schublade, dann alles was mit Menschen zu tun hat, also Hände, Füße, Gesichter, dann alles was man essen kann, alles was zur Natur gehört, also Vollmond, Halbmond, Sonne, kleine Sonne, Blume und so weiter. Dann alles was mit Kreuzen zu tun hat, dann die ganzen U's, es gibt ja so viele U's, verschiedenfarbige, wo dann ein Punkt außen ist und innen und links und rechts. Also man muss da wahnsinnig aufpassen, aber das ist auch der Reiz, der Reiz des, wie nennt man das, jetzt fällt es mir nicht ein, des Minimalistischen, sage ich jetzt mal. Dann habe ich noch in Striche sortiert und in Hobby, genau, in Hobby habe ich dann auch eine ganze Schublade voll. Also das ist wirklich, vielleicht kann ich kurz mal rüberschwenken und euch den Trolley mal zeigen. So sieht der dann aus. Und da sind auch noch die Stick-Sachen drin und da sind auch noch die Diamond-Painting-Sachen drin für Weihnachten, die ich nicht fertig bekommen habe, die dann nächstes Jahr, die dann dieses Jahr Weihnachten vielleicht gepaintet werden. Mal schauen. Ja, und mein Lieblingsstift, mein Lieblings-Diamond-Painting-Stift ist dieser hier, da ich schnell Probleme kriege mit den Handgelenken, habe ich mir dann hier tatsächlich nochmal so eine Verstärkung dran gemacht, das kann man sehr gut drüber ziehen und dann lässt sich das wunderbar painten. Und ich liebe den Dreifachstecker, wobei man den bei Josephine Wall im Moment nicht einsetzen kann für Konfetti, nur die Spitze. Und dann habe ich hier außer diesem Quartett hier, habe ich dann noch, das nutze ich aber auch tatsächlich für die Bilder, die wenig Farben haben. So wie jetzt das Musical-Bild, die Schöne und das Biest. Da kann man natürlich wunderbar diese riesigen Förmchen, sage ich immer, nehmen und ich liebe die, weil die halt, wie gesagt, hier vorne zu ist. Allerdings, wenn man wieder was zurückschütten möchte, ja, dann schütte ich dann meistens um in ein kleineres oder in dieses hier, weil das halt diese schöne Form hat zum Ausgießen. Dann, was ich auch sehr gerne nutze, wobei, also eins nach dem anderen, also ich nutze auch gerne diese Pinzette, ich liebe sie, muss ich sagen. Bei Josephine Wall brauche ich sie so gut wie nicht, weil ich glaube, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, wenn es, glaube ich, Flüssigkleber ist, dann ist es einfacher, die Steine, die vielleicht nicht hundertprozentig auf ihrem Platz sind, zu verschieben. Daher brauche ich das so gut wie nie jetzt bei diesem Bild, aber bei den anderen Bildern, wo, glaube ich, die Folie ist, wo der Kleber wirklich bockelhart ist, also was klebt, das klebt, das versuche ich mir dann rauszupflücken mit der Pinzette. Es kommt ja Gott sei Dank nicht so oft vor, dass man sich verpaintet. Und was auch nicht fehlen darf, ihr Lieben, ist eine Lupe. Oh, genau, sieht man alles größer. Und zwar, wenn ich dann im Prinzip das bestimmte Areal durchgemacht habe, mit den vier Farben, die ich mir vorher rausgesucht habe, gehe ich natürlich nochmal mit der Lupe durch. Und was soll ich euch sagen, es ist jedes Mal was dabei, was ich übersehen habe, trotz Brille. Ja, so ist das. Da wollte ich euch, wie gesagt, das jetzt mal vorstellen und ich möchte auch gerne daran arbeiten, weil ihr so mein Ansporn seid, euch da auch den Fortschritt zu zeigen. Und somit werde ich auf jeden Fall an meinen vier, sind das vier Hauptprojekte, oh Gott, ich vertue mich jetzt hoffentlich nicht. Nee, es sind tatsächlich fünf. Oh mein Gott, also fünf Hauptprojekte, die vielleicht dieses Jahr fertig werden. Und was ich auch euch wahrscheinlich morgen zeigen möchte, ist noch meinen Fortschritt bei meinem ersten Tokarewa-Bild. Das ist auch so toll und es macht so viel Spaß. Da werde ich euch morgen ein kleines Filmchen dazu drehen. Und jeder, der hier auch so ein, also überhaupt Diamond Painting macht oder ein Josephine Wall Bild. Ich habe auch gesehen, dass in der Facebook-Gruppe Perlensticken bei Mine, glaube ich, jemand auch genau das gleiche Bild gepostet hat. Und ich dachte so, die ist ja schon so weit. Wahnsinn, also ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin viel, viel Spaß mit euren Hobbys. Es ist einfach wunderschön. Und morgen kommt ein kleines Video über meinen Fortschritt bezüglich dem Tokarewa-Bild. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend. Und wir sehen uns morgen. Ich verabschiede mich und grüße euch. Eure Sabrina. Ciao. Ciao.